Und zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 6 mit dem lieben Dürne. Ja, hallo, grüß euch. Und mit mir. Hi. Und dem Peter. Peter. Dürne. So, ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe offline schon meine Figuren gezogen, deswegen klicke ich jetzt auf nächste Runde. Ja, und ich verteidige jetzt mal mein Städtchen hier. Was meinst du, was greift man zuerst an? Die Bogenschützen oder die Reiter? Oh, ich würde eher die Bogenschützen angreifen. Herzhaft. Aber die Reiter reiten mich doch platt. Ja, aber die Bogenschützen können halt aus der Ferne angreifen. Ja, aber vielleicht nicht so stark. Ja, aber die Reiter müssen in den Nahkampf gehen. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall Schaden, wenn sie nicht angreifen. Ja, aber ich kriege mehr. Hilfe! Ja, dann verbarrikadiere ich in der Stadt. Nur verbarrikadieren? Ne, ich muss mal angreifen hier. Okay, ich werde mal hier die Reiter angreifen jetzt. Damit die geschwächt sind schon. Diesmal wird der Dirne in der zweiten Folge schon werden. Gar nicht, die hauen jetzt ab, die Reiter. Pass mal, oh! Das ist mir gesichert in der Pause. Gehen wir hier hin oder gehen wir da hin? Das ist hier die große Frage, die ich mich hier frage. Die große Frage, die ich mich hier frage. Ich frage mich da mal eine Frage. So, ich glaube, meine zweite Stadt werde ich hier unten irgendwo gründen. Irgendwo an der Küste und zwar hier. Ich glaube, wir gehen da hin. Auch wenn das so optimal ist, ne? Aber hier haben wir ein, zwei Pferde und ein Küsten zu sein. Das ist ganz wichtig. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Das ist richtig. 2, 3. Oh, ist richtig. Oh, Mama. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Oh, wir gehen da hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ich bin immer noch dran. Ja, dann werde ich doch mal hier weiterziehen. Und jetzt auf nächste Runde klingen. Entschuldigung, ich muss sogar noch ein Gelände verkaufen. Ah, ja, ist klar. Hat ja schon mal so viel Kohle, ne? Dann muss man hin und wieder mal, ne? Ja, dann komme ich mit meinen Knüpplern hier zur Hilfe. Knüppler. Wo ich heile meine, meine Dings mal. Was für ein Dings? Meine Schleuderschützen müssen mal geheilt werden. Ach so. So, dann werden wir nochmal schießen. Schießen? Wir schießen nochmal nochmal runde, du. Die haben noch nicht einmal geschossen. Die haben nichts gemacht. Die stehen hier doof rum und werden jetzt, äh, gekillert. Ja, Dummheit muss bestraft werden, ne? Ja, Wams, weg damit. Mein Schleuderschützer hat gesiegt. Das hast du gut gemacht. Und hier werde ich bei einer neuen Stadt gründen. Wams. Tromso. Also, mir kann nichts passieren eigentlich. Ne, ne, ne. Selbst wenn die die Stadt noch einnehmen würden, ne? Ja, selbst dann. Ja, selbst dann. Das ist deine Hauptstadt, ne? Wenn du die Hauptstadt verloren hast, dann... Ne, ne, ich, äh, ne, ne. Hast du theoretisch, äh, hast du theoretisch verloren. Ja. Ist das so? Ja. Wenn du mich hier anschwindeln tust, ne? Ne, ich meine sogar, du hast mich wirklich verloren. Ach, nö. Ach, komm. Aber es kann sein, dass du aufgrund der Tatsache, dass du dann halt eine zweite Stadt hast, dass du dann trotzdem noch mitspielen darfst. Oh, wie nett. Hier, klick mal weiter. Bleib mal locker, ja. Ja, jetzt ist hier Schicht, sage ich dir ja. Im Schacht. Oh, was hab ich da? Eure Freundschaft mit der Dürne hat ihren Lauf genommen und muss erneuert werden. Oh, what? Was ist das denn? Ich bin immer noch fleißig am Verteidigen und ich werde immer weiter auf diese komischen Vögel geschießen. Ja, ich hab die lieben Vögel, Dürne. Die kriegen aufs Fressbrett hier. Wir schießen auf Spatzen. Ja, müssen wir die Freundschaft mal erneuern, oder was? Dann sollen wir das mal tun. Ich werde mal machen, ne? Hab ich schon. Ach, hör auf. Als ob. Als ob. So, hier kann ich die annehmen, ne? Genau. Spraßen ernten. Wir würden uns freuen, der Welt zu sagen, dass wir in Freundschaft geeint sind. Zack. Ich lügen kann, ne? Ja, schön. Du bist nur mein Freund, solange du mich hören nicht in die Quere kommst. Boah. Darf ich dir? Oh, 20 Glauben. Ich hab Bananen gefunden. Oh, Banano. Bananen. Banana. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Eine Runde, dann wird mein Bogenschütze geboren. Ach, scheiße. Die licht ja dann. Oh, ich muss ja zurück in die Stadt, ne? Um das abzugraden. Ja, boah. Ich bin so ein Töpel manchmal. So, ich wollte hier aber nochmal gucken. Was fehlt mir denn noch? Baut eine Ressource ab. Und findet ein Naturwunder. Ein Naturwunder hast du auch noch nicht gefunden. Noch immer nicht, ne? Ne. Ah. Wir haben doch wohl nicht, kein Naturwunder hier auf unserer Karte, oder? Scheint nicht so, ne? Das sieht komisch aus. Ja, 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 ja. Das war aber echt doof. Ampus. So, jetzt hier machen wir es so. Ich muss Reiterei jetzt erstmal nehmen, weil da kommt meine Stärke nämlich raus. Sobald ich Reiterei habe, geht hier die Post ab. Wenn ihr wählt das Pantheon. Du bist schon mal im Pantheon? Ich habe noch null Glauben immer. Wir nehmen, äh, die Göttin des Flusses, was? Natürlich. So als Harry. Plus eins Annehmlichkeit. Wunderbar. Harry und die Göttin des Flusses. Das könnte durchaus eine Fortsetzung. Das ist gerade, einige Städten brauchen wir. Ja, Harry und die Göttin des Flusses könnte eine Fortsetzung von Harry Potter werden, ne? Ja. Das könnte wirklich so sein, ne? Geiler Titel. Und nämlich die Folge. Harry und die Göttin des Flusses. Muss ich mir aufschauen, sonst vergesse ich das. Ich habe keinen Stift. Wir sind schon wieder bei Pen & Paper, ne? Wir sind hier in der nächsten Runde. Pen & Paper. Warten auf der Birne. Oh, den doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Entschuldige mich. Bei dir. Danke. Gerne. Tschöse. Oh, jetzt laufe ich hier mit einem Barbarenlager rein. Ich krieg doch hier jetzt gleich echt. Hat geht so nicht. Hat geht so nicht. Achso. Ich bin dran, okay. Achso, du hast mich ja in der ersten Folge gefragt, ne? Ob du das Feld, wo du deine Stadt drauf gründest. Ob du die Ressourcen, ob die dann verloren gehen, ne? Ja. Kann ich das meinen Zuschauern mal zeigen. Ich habe meine Stadt nämlich auf einem Pferderessourcen-Feld gebaut. Und wenn ich jetzt auf Abkommen handeln gehe mit dem Dirne, kann ich dem ein Pferd überlassen, ne? Also die Ressourcen hast du auf jeden Fall. Ohne, dass du dafür irgendwas bauen musst. Oh, das ist cool. Das ist wirklich cool, ne? Uh, da ist mein Bogenschütze. Ohnein, da sind Bogenschützen von Barbaren. Wie ist das Dörfli, ne? Dann gehe ich mal hier hin. Ist der auch nie? Geh mal rein. Hallo. Hallihallo. Da ist mein Spieler. Ich bin noch so über den Bogenschützen, oder kriegst du hier alleine? Was ist los? Bei so einem Barbaren Bogenschützen, so noch. Ja, ich weiß, sie sind gerade abgehauen, hier aus meiner Stadt. Brauchst du Hilfe? Weil die konnten da jetzt nicht mehr flüchten. Ja, die machen wir platt, ne? Ja, kriegst du die alleine platt, oder brauchst du Hilfe? Das ist die Frage. Pass mal auf, sei nicht so frisch, ja? Leg mal auf nächste Runde. Diese Warterei hier, ne? Ehrlich, das ist ja, also, ne. Das ist ja schlimmer als beim Arbeitsamt. Oh, da muss ich hinten rumlaufen, oder ist irgendwas? Da ist was. Wo ist was? Ah, hier, hier, hinten. Oh, die greifen mich an. Guck mal, die greift mich an, der Drecksack. Die Saudi-Europische, wo ist er denn? Bewässerung, fertig, auch geil. Wo denn, wo denn, wie denn, was denn? Ach, da. Ja, ich komme. Ich werde dir helfen, Dude. Ja, kriegst du den alleine platt, oder soll ich den einmal angreifen? Ja, ich glaube, ich kriege den hin. Ach, wir ziehen ja eh simultan, ne? Ja, das ist also gut gemacht, das ist also super gemacht. Wämst. Ja, eh simultan, ne? So, wie weit ist denn deine Stadt von hier aus noch entfernt? Wo muss ich hin? Moment, warte mal, wo bist du denn da? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf Felder. Nach Norden? Äh, nach Osten. Okay, dann gehe ich nach Osten. Hier, du musst nie daraus. Ja, genau. Ich habe mich gefunden. Ich habe nie daraus gefunden. Crazy shit. So, drei Runde noch, bis mein Siegler fertig ist. Crazy shit. Wir gucken mal auf die Weltrangliste. Äh, du wieder. Herrschaftssieg bin ich auf dem fünften Platz. Der Dürrn ist immer noch vorne mit 94 militärischer Stärke. Mann, 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 Mann. So, den lass du weiter. Wir haben noch nächste Runde. Boah, da ist das hier. Herrlich. Ich habe Amsterdam gefunden. Wo, Amsterdam? Amsterdam. Erstmal noch auch mal. Ich lass das mal völlig unkommentiert. Ja, ich merke, ich brauche stehen. So, was ist denn hier los? So, was wir den angreifen tun? Ich ziehe weiter nach Norden. Ich möchte denn eine Hauptstadt finden. Meine Hauptstadt war das doch hier. Ach stimmt, wo ist denn dann eine zweite Stadt? Die ist im Norden, ja, ja. Achso, okay. Ja, dann. Dann halt nicht. Dann lexst mich auch am Arsch. So, lexst mich auch am Arsch. Ich gehe mal hier durch. Da wird übrigens dagegen haben, ne? Du kannst dich ja melden, wenn er was dagegen hat. Ja, ich melde mich dann. Er kann mich ja melden. Ach, der, der, ach, der. Jetzt habe ich Morgenschützen vollständig geheilt und jetzt geht hier die Post ab. Da war ich euch aber. Ding, ding. Wieso warten die auf mich? Achso, weil das schon ja nicht automatisch ging. Ja, ja. Ich verstehe hier. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, trinke mal einen Schluck. Ich trinke mal hier unten runter. Weiß im Schau heute. Was? Wundervoll endet. Ich habe ein Wunder. Ich habe doch gerade einer Stonehenge gebaut. Ja, scheint so. Der Drecksack. Die Sau. Hat soll endet. Nee. Ich habe wohl nicht, ne? So, jetzt bauen wir einen Kornspeicher hier. Gibt er mich rausgeschmissen? Nee. Oh, hier ist Gips. Ich habe Lissabon entdeckt. Tatsächlich. Super, ne? So. Heißt du, boah. So. Ich gehe jetzt auch mal eine zweite Stadt gründen. Ja, mach du mal, ne? Ja, mach ich auch. Ich freue mich so. So, ich glaube, wir bauen mal hier so eine Plantage. Ach, hier, Tromso. Ich habe meine zweite Stadt entdeckt. Hast du so einen erwischt? Tromsel. Der Honsel. So, ich gehe mal da hin. Ich werde mich hier mal verschanzen. Und dann werde ich mal hier eigentlich durchlaufen. Gehe nicht. Toll. Achso, ich wollte da hin. Genau da wollte ich hin. Sansibar. Sansibar. Was wollen die denn? Ein Handelsweg. Impressant. Impressant. Was Sansibar entdeckt? Ja. War ein Stadtstaat. Ja, das ist ein Stadtstort. Nee. Ich werde mal die Wohnraum machen. Vielleicht. Ja, mach doch mal. Hätte ich mir auch mal noch angucken können. Der ist ja. No, 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 no. So, gucken wir doch mal. So, dann. Weltreich. Frühes Reich hat Fortschritte gemacht. So, so. Hier kommt der Plantage. Wusch. Da kommt er hier. Oh, das scheint aber wirklich klein hier zu sein. Da oben ist ja auch schon Küste. Alter Schwede. Ja, es ist nicht so riesig. Ja, da müssen wir, da müssen wir, gut dass du der Harry bist, ne? Und schon früh rübersiedeln kannst du auf ein anderes Land. Oh. So, was habe ich denn? 50 Produzent für Nah- und Fernkämpfer, der Antike und Klassik. Joa. So, hier bauen wir einen Steinbruch. Oder? Könnte man mal machen. Das Eisen sieht man jetzt noch nicht, ne? Nein. Wenn ich so einen Steinbruch mache, auf einem möglicherweise Eisenfeld. Dann kannst du Glück haben, aber auch Pech. Ja, und dann ist das Eisen dann nicht mehr da. Falls es da gewesen wäre. Doch, doch. Wenn da später Eisen erscheint, dann hast du das automatisch. Oh, crazy shit. Dann mach ich das Steinbruch. Der Dreck sagt da. Was machst du hier? Du hast einen nach der... Ach so, ja, das ist ja ein Ding, du. Dann werde ich dich mal hier verschanzen, mein Freund. Werden wir mal produzieren, ne? Wir werden jetzt Militär Tradition nehmen, denn... Oder? Denn, ja, da gibt es eigentlich einen Bonus für unsere leichte Kavallerie Einheiten, von denen wir dann immer zwei produzieren, wenn wir eine produzieren, ja. Hahaha. Wohauf! Ich werde das mächtigste Volk dieses kleinen Eilandes werden. Ich habe auf meinen Popschutz gespuckt. Wie? Da wird eine Zeitlupe einbauen. Ja. Oh, ja. Oh, ja, bitte, bitte, Klaus, bau eine Zeitlupe ein. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte froh. So? Er fiel zur Erde. Ich weiß nicht, wo... So ist hier eigentlich noch alles in Ordnung. Warum läuft das denn nicht so schnell, wie ich das will? Das kann man nicht. Lachst du dann schon wieder? Ich freue mich so. Ich freue mich über diese Bogenschützen-Geschichte, ne? Da ist es nämlich schön, wenn er das... Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte froh. Er fiel zur Erde. Ich weiß nicht, wo. Ja. So mag ich. So, boah. Ich kaufe mir die Bananen hier. Ich kaufe mir jetzt die Banane hier, du. Da ist aber was los. Was ist denn mit Bananen, du? Die werde ich mal verkaufen, irgendwann, ne? Nach Ostpreußen. Ja, genau. So, viertel Stunde haben wir erst. Läuft bei uns. Klickt mal auf nächste Runde. Nee, ich muss noch eine Forschung wählen. Immer locker bleiben. Immer locker bleiben. Das sei dir gegönnt. Das sei dir gegönnt. Also ich erforsche übrigens jetzt schon Reiterei. Habe ich das schon erwähnt? Mögliche ich den Abbau von Steinen. Aber das kann ich doch jetzt schon. Theoretisch. Nein, dann kannst du aber schneller. Noch schneller? Noch schneller. Das geht ja gar nicht, ne? Ich werde mal hier die Bronx zur Verarbeitung machen. Du kannst du quasi im Steinkasten spielen. Oh ja. Weißt du? Nicht Sandkasten, sondern Steinkasten. Die Witze werden nicht besser, wenn man sie erklären muss, ne? Nee, nicht wirklich. Oh, ich bin schon dran. Ich habe ihn nicht verstanden. Hast du ein bisschen gemacht? Ich auch nicht, Donne. Ich auch nicht. Jetzt stand hier gerade, da wäre einer zur Beförderung bereit. Und der ist gar nicht zur Beförderung bereit. Was ist das denn für ein Scheiß? Haben die mich hier angelogen gehört? Ja, das ist ja seltsam. Ah, jetzt. Komisch. Naja, okay. Jetzt stehen die Barbaren-Sperer da oben. Dann nennen wir doch den Bart. Und beobachten meine Speer, wie sie sich reinigen. Voll die Voliöre. Voll die Lümbelz. Dann bauen wir jetzt noch Bananen ab. Und dann ist der ja auch schon mal Geschichte. Geschichte. So, Handwerkskunst haben wir auch erledigt. Guck mal, lieber. Ich gründe jetzt meine zweite Stadt hier. Naja, also so läuft es nicht. Genau so läuft das. Doch. Da hätte ich ja. Politik, warte mal. Regierung. Naja, alles klar. Okay, danke. Regierung. Ausrichtung. Wollen wir auch. Und zwar wollen wir so schnell wie geht. VAMS frühes Reich machen, oder was? Okay, das müssen wir noch machen. Das haben wir schon. Ich nehme mal. Ich nehme mal das Tier, ne? Weil wir das haben wollen. Schätze ich mal. So. Ah, endlich geht's weiter. Ja, ja, ist klar. So, ich ziehe aber jetzt erstmal meine Bogenschützen in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch einen besseren Platz für meine Siedler finde, als den Platz, den ich jetzt hier gerade habe. Ich habe ein Naturwunder gefunden. Ja, und zwar das Pantanal. Pantanal. Und das Pantanal. Das ist im Südwesten, Dörner. Falls du den Bonus auch haben möchtest. Südwesten. Ganz im Südwesten. Auf unserem kleinen Eiland. Unser kleines Eiland. Unser kleines Eiland. Ein Wohnraum nur, alter. Okay, ich muss den Lager bauen. Südwesten? Ja. Also unten links. Ja, unten links bin ich ja eigentlich. Denn dann musst du viel weiter unten links. Wenn ich dich mal sehen würde, das wäre ja auch schön, ne? Wie kann man das mal erforschen? Wohnen sich hier ein Geländer für zu kaufen? Nee, irgendwie nicht, ne? So, äh. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal mit denen hier raus, wenn ich drin bin. Falls ich das... Ach so, das Spiel wartet auf mich, entschuldige. Ja, natürlich, würde ich mal. Also quasi von meiner Hauptstadt aus einfach nach Südwesten gehen. Also eigentlich nach West-Südwest. Guck mal hier, ja. Da ist, äh, nix, ne? Da war ich noch nicht. Scheinbar. Euer Speer wurde angegriffen. Nein, nein, nicht von mir. Nein, nein, von den Kollegahs hier oben. Weißt du, die können es nicht... Oh, Kage Arsch, aber schnell weg hier, um den Kollegahs. So, ich gehe mal hier, und gehe mal da lang. Was ist hier los? Auspringen, überall, letzter oder vorletzter. Oder vorvorletzter. Ja, Leute, bei mir. Ja, rennt. So, ich gehe mal mit dir hier raus. Tatsächlich. So. Nicht so, ich schaue wieder. Ne, da ist noch was. Da ist noch was. Hey, wie, warum? Da steht der mir hier im Weg, die Pimmelnase. Die Pimmelnase. Schalalala. Und ich kann nicht durchgehen, ne? Das ist echt doof. So, erstmal ein Barbarenlager eingenommen. Oh, ich habe Amsterdam entdeckt. Hast du nicht Amsterdam auch entdeckt, eben? Direkt südlich von Amsterdam, drei Felder drunter, ist das Naturrunde. Echt? Ja. Ich habe einen Händler gekriegt. Nein! Ey, das war voll nett. Würde deinen Bogenschützen aus. Habe ich auch schon. So, pass auf. Den Händler Handelsweg einrichten. Ich kann nur mit mir selbst handeln. Pass auf, ich transferiere mich mal in eine andere Stadt. Und guck mal, ob ich dann einen Handelsweg mit dir einrichten kann, oder? Das wird ja Sinn machen, vielleicht, ne? Ja, das macht Sinn. Ich habe gleich den Kornspeichern, dann werde ich auch mal einen Händler bauen, ne? Ah, wobei, ich glaube, deine Stadt ist zu weit weg. Da müssen wir uns vielleicht nochmal annähern, irgendwann. Ihr seid an der Reihe. Ja, ich arbeite dran. So, der Händler. Ja, ich kann nur mit mir selbst handeln, würde ich. Ja, das machen wir auch so rum. So, Handelsweg eingerichtet. Ihr wartet auf euch. Mensch, was soll das denn? Ja, echt, ey. Was ist da los, Junge? So, wir gehen hier hin. Ne, wir gehen erstmal hier hin. Ah, ah, ah. Und warten hier. Wir warten hier, wir werden hier warten tut. So, wir stehen fest. So. Dann, wir sind ja Kollegahs, ne? Da habe ich hier durch deine Grenzen durch. Ja. Erlaube ich dir. Das ist ja nett, das ist ja nett. Dann kann ich hier auf den Hügel gehen. Ne, da, da, auf den Hügel bitte nicht. Runter von dem Bergstab. Oh. Da müssen wir die Sicht. Da müssen wir die Sicht auf ein besseres Leben. Gar nicht wahr. Ich wollte einen Händler bauen, ne? Ist ja egal, ich baue noch einen Siedler. Da kaufen würde. Ach, das kann ja ein Händler sein. Da ist denn hier. Oder hier? Oder da? Boah, ich habe die Reiterei, aber auch Stirne. Ah, ne. Ich habe ganz viele Fortschritte gemacht. Was ist das denn so? Plantage? Mache ich eine Plantage oder mache ich nicht? Ich mache jetzt mal Segeln. Ja, ich mache jetzt mal Segeln. So. Hier ist ein Bewahrenlager. Unverschämter. Das ist eine Unverschämtheit. So, und ich produziere jetzt hier. Warum kann ich keinen Reiter machen? Benötigt zwei Pferde. Oh. Dann machen wir einen berühmenden Wackenbogenschütze. Jetzt geht die Post ab, mein Lieber. Ich sage es dir. Deborscht? Jetzt kann ich meine Einheiten produzieren, von denen ich, wenn ich sie produziere, direkt zwei kriege, wenn ich sie produziere. Nein, tut das nicht. Doch. Dann gehe ich erst mal auf Barbarenjagd. Wobei, man muss sie auch unterhalten können, stelle ich gerade fest. Da war ja was. Bronze Verarbeitung abgeschlossen. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Dann hier rein, bitte. Hast du schon Segeln gemacht, oder? Nein. Ich bekomme Beförderung und 40 Gold. Forschung, mein Lieber. Dann werde ich jetzt mal... Also, ich mache schon Segeln. Ja, dann werde ich auch mal segeln hier. Sechs Runden bei euch. Zack. Und dann gehe ich mit dem Kollege wieder nach Hause. So sieht es mir aus. Und mit dem Kuro. Den gehe ich mal hier so lang, ne? Hey, da bitte nicht. Geh weg. Geh weg. Danke. Was ist denn mit dem hier? Steht der noch da? Der kommt hier nicht weg, weil diese Affen hier dauernd im Weg zu verstellen. Verstehende Affen. Oh, die Affen hier, du. Einmal Barbaren und einmal der Sansibari. Das gibt es nicht, ne? Der steht mir immer im Weg hier. Und ich will doch nur hier mal vorbei. Was ist da los? Ich will doch nur hier vorbei. Ganz ihm heilen, Digga. So. Ich habe jemanden, der sich hier aufdixen kann. So, was? Neapolus braucht mehr Wohnraum. Neapololo, Pololo. Ich kann nicht mehr gehen, ne? Mit mehr Wohnraum. So, der braucht Annehmlichkeiten. Oh, ich brauche einen Luxusgut. Und hast du einen Luxusgut? Oh, reichlich. Ich klicke mal bei dir auf Handeln. Aber keins zweimal, glaube ich. Ja, das ist doof, ne? Ja, das ist doof, ne? Ich auch nicht. Sonst würde ich der Pferde überlassen, aber... Ich könnte dich auch leider nur einmal. 1, 2, 3, Bananen könnte ich. Das Luxus. Ne. Ne, ich auch. Bananen kannst du behalten. Bananen. Blüsch nicht, Bananen. Bitte warten Sie jetzt. Ding, ding. Ich werde die Krieger immer fortbilden. Ja, nicht? Ja, 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 ja. Oh, das hier. Ich habe aber doch schon den Kornspeicher gebaut. Na ja, den Kornspeicher habe ich da. Oh, ich brauche unbedingt... Oh, Tabak. Da muss ich hin. Warte mal, ich muss noch mal drück machen. Wer hat denn hier eine Straße gebaut? Ah, ich habe was gefunden. Bist du das? Ist ja eine zweite Stadt hier unten. Nein? Ja. Doch. Ja, genau. Wenn du jetzt von da aus nach links gehst, kommt da Amsterdam. Und da unten drunter ist das direkt das Naturwunder. Crazy. Was du brauchen tust, du wohnst, ne? Ja, dann gehe ich da mal hin, so, ne? Dann gehe ich mal hier so weiter. Neapolis! Da kommen die ja die Neapolis-Tiana her. Klingt logisch, ne? Ja, ist logisch. Set ist logisch. Eine andere Sache. Tue ich den hier hinstellen noch mal ein bisschen? Warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Oh, hier sind die... In zwei Runden habe ich Segeln abgeschlossen. Lade, ich auch. Haha, 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 haha. Da gehst du mal hier rein. Gott wirst du dich mal heilen. Und dann werde ich nochmal rausholen, so. Und dann? Strategos. Strategos. So, wir müssen gleich schon wieder Schluss machen, ne? Ach, wir müssen schon wieder aufhören. Ja, oh Mensch. Ja, gleich. Also, eine Runde können wir noch. Gut. Knut. Dann können wir hier nochmal... Ah, Pantanau. ...in der intertropische, alluviale Ebene des Planeten und vielleicht das am wenigsten bekannte Gebiet der Welt. Ja, das könnte natürlich sein. Das kenne ich nämlich auch nicht. Ja? So, da geht's weiter hoffentlich diesmal. Ich wollte aber noch mal den hier. Ich wollte die hier nochmal haben. Dann mal rüber über den Fluss hier. So, wann nehmen wir denn? Baut einen Bezirk. Ja, 14 Punkt Produktion von Wunder. Einheit Unterhalt um ein Gold reduziert. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hin, ne? Dann nehme ich das hier. Ich möchte nämlich hier Autokratie oder sowas nehmen gleich. Ja. Du auch, ne? Ja. Oh, ich kann Fische sammeln. Das Fische Luxus, ne? Nein. Da geht immer dahin. Und machen wir mal einen Fischer. Fischer Borte. Oh, die Spraube. Dann machen wir es jetzt erst mal. Hier, Bewässerung war ich als erstes mal. Bewässerung ist wichtig. Was ist ihr hier? Technology. Die wollen immer noch Annehmlichkeiten haben. Na ja, dann muss ich gleich mal gucken. Mein Stadtstart getroffen. Sansibar. Ja. Eureka für Bauwesen. Ja. Ich freue mich so. Jörg. Produktion. Was nehmen wir? So, mein Lieber. Dann sag mal Tschüss. Aber ich traue mich noch nicht. Du traust dich noch nicht. Ich kann ein Wikinger-Langschiff bauen. Das traue ich auch mal. So. Ja, meine lieben Freunde. Das war so schön, dass ihr dabei wart. Dann drückt ihr schon auf nächste Runde. Ich traue mich nicht. Na, ich will aber nicht. Ich mache noch. So. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Seid dabei und drückt uns die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.